Hallo und herzlich willkommen zum neuen Nerds Choice Shopping Kanal. Ich darf mit euch meinen guten Freund, den Franz begrüßen. Hallo Manu, hallo weiter. Franz, erklär doch mal unseren guten Freunden, was wir für sie haben. Das mach ich gerne, Manu. Und zwar wurde sich in den letzten Folgen immer wieder darüber beschwert, dass unser Ton so richtig scheiße ist. Aus diesem Grund haben wir für euch heute ein geniales Ball. Ich darf dich kurz unterbrechen. Die Regie hat mir gerade gesagt, man versteht dich ganz schlecht. Und was können wir da machen? Ja, genau dafür haben wir unser neues Richtmikrofon. Ja, und genau das ist das Prachtstück, das ihr bei uns erwerben könnt. Es hat vorne einen tollen Bausch, man kann es irgendwo dran stecken. Und es hat ein tolles Kabel, ganz nach dem Motto No wireless, back to the roots. Und falls ihr jetzt immer noch nicht überzeugt seid, haben wir hier noch ein paar Kundenrezessionen für euch. Ich habe mir das neue Nerds Choice Mikrofon gekauft und mein Leben hat sich total verändert. Ich habe das neue Nerds Choice Mikrofon von meiner Schwester geschenkt bekommen, weil vor kurzem mein Friseur gestorben ist. Jetzt habe ich endlich wieder jemanden, der mir zuhört. Und dank der tollen Energieeffizienz kann ich stundenlang labern, ohne die Batterien zu wechseln. Ich als fetter Gangsterrapper habe mir natürlich sofort das neue Mikrofon von Nerds Choice geholt. Für meine krassen Beats und Styles ist das einfach das Beste, ja? Das ist ja der absolute Wahnsinn, Manu! Ja, und das sind nur drei von tausenden zufriedenen Kunden. So viele zufriedene Kunden! Das ist ja unglaublich! Aber sag mal ehrlich, Manu, wenn sich unsere Freunde jetzt dazu entschließen, dieses Mikrofon zu kaufen, bekommt ihr noch was extra? Ja, aber natürlich! Und zwar gibt es eine leere Schachtel Zigaretten gratis obendrauf. Ist das nicht was? Das ist doch ein Angebot! Unglaublich! Ja, und damit verabschieden wir uns von unserem Nerds Choice Shopping Channel. Bis zum nächsten Mal! Bis dann! Tschüss! Und hier ist die Endcard! Wir wollten euch in diesem Video eigentlich nur sagen, dass wir ein neues Mikro haben und der Sound jetzt hoffentlich besser ist. Ist er besser? Schreibt es uns in die Kommentare! Ja, und der Alex wollte euch gerade sagen, dass ihr hier oben abonnieren könnt und uns einen Daumen nach oben geben könnt. Und hier drüben findet ihr unsere alten zwei Videos, den Affenselfie und den Megalodon. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei... Tschüss! Haut rein!